Seit der letzten Episode habe ich ein paar Riesensprünge hingelegt. Unter anderem habe ich damit angefangen, die Stahlproduktion in Anlage B zu organisieren. Den Rest machen wir jetzt zusammen. Ich wünsche viel Spaß. Und ein letztes Mal, dann ist aber mal gut mit der Hüpferei. Leute, erstmal hey ho und vielen Dank fürs Einschalten hier zur Satisfactory mit mir, dem Vorbuddler, dem Einzigartigen und Waren. Ja, ich muss mich mal auch wieder über den Klee loben. Ich habe es nicht anders verdient. Ich war nämlich unglaublich fleißig seit der letzten Folge. Boah, ich habe so reingehauen, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, euch das alles zu zeigen und zu erklären. Deswegen spare ich mir das jetzt auch. Nee, der wahre Grund, warum wir uns das später angucken werden, ist, dass ich gerade eine Idee habe. Ja, bevor ich es vergesse, ihr wisst schon, im Alter kommt man in die Jahre und da kann das schon mal passieren. Werden wir das jetzt direkt mal verwirklichen. Ich baue hier mal einen Splitter vor, diesen Manufaktor. Manufaktor. Ich glaube, das ist so ganz gut. Das ist zwar sehr eng, aber das ist grundsätzlich okay. Warum habe ich jetzt da einen Splitter hingebaut? Ja, pass auf. Dieser Manufaktor, der stellt uns Statoren her. Ja, und das sind Einzelteile für Motoren, die dann auch hier in den nächsten Manufaktor geliefert werden sollen, die wir gleich noch her hinstellen. und wo dann Motoren hergestellt werden. So, aber ich möchte wieder ein paar abzweigen und so lagern, damit wir immer welche auf Vorrat haben. Das aber nicht halbe-halbe. Dann wäre hier zu wenig Durchfluss. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, nehmen wir einen Splitter dafür, der ja so einen Warenstrom dreiteilt. So, pass auf. Jetzt werden wir nämlich von dem Splitter ein Gleis abzweigen in den Lagercontainer. Und dann stellen wir hier direkt einen Merger daneben. Ich baue jetzt hier auch mal relativ eng. Das ist aber okay. So, und jetzt verbinden wir den Splitter einmal mit dem Merger, aber eben auch noch den dritten Ausgang ebenfalls. Und das passt sogar, wie ich es mir vorgestellt habe. Mensch, und dann müsste das doch auch klappen. So können wir nämlich ein wenig dosieren, ja. Dass wir ja nur ein Drittel der Menge abzweigen ins Lager. Und die anderen beiden Drittel vereinen sich dann hier wieder zu zwei Dritteln und werden dann eben anteilig etwas mehr in den nächsten Manufaktor geliefert. Mit dem machen wir auch sofort mal weiter. Kinders, es geht hier voran, Leute. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Ich bin vorbereitet. Naja, es geht so. Pass auf. Wir haben noch schöne Sachen vor heute. Ich habe vor, hier die ganze Stahlversorgung doch wirklich mal auf die Reihe zu kriegen. Ich muss doch mal von da hinten gucken. Man kann es besser sehen, wo da der Ausgang ist. Das soll hier jetzt oben alles relativ gerade sein. Und ich denke mal, ja, noch einen nach vorne kann. Das kann ich schaden. Hier haben wir aber jetzt genug Platz. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Wir brauchen nur die normalen Förderbänder hier. Die Mengen sind sehr gering, die hier so durchfließen. Ich muss auch mal ein bisschen Luft holen. Ich bin völlig aufgeregt, weil ich so viel auf dem Plan habe, was ich in der Folge unterbringen möchte. Den Container verbinden wir noch mit dieser Strecke. Da kommen Eisenrohre raus, die ein bisschen überflüssig sind. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. So, jetzt haben wir hier den Manufaktor hingestellt, der uns Motoren herstellen soll. Und ihr seht schon, da kommen diese Statoren an. Und außerdem braucht der auch noch Rotoren. Und nicht nur das, auch der erste Manufaktor ist noch nicht fertig. Der stellt nämlich diese Statoren aus Stahlrohr her und auch noch aus Draht. Das bedeutet, wir müssen jetzt Draht und Rotoren aus unserem Lager hier rüber holen. Ja, und das ist gar nicht so schwierig. Auch wenn es jetzt anders aussieht. Aber ich glaube, wir können das ganz gut hinbekommen. Möglicherweise, ja, nee, es klappt, es klappt. Pass auf, hier oben das rechte Fenster. Hier zeigt sich einfach, dass ich die Fabrik, die Anlage A zumindest, ganz gut geplant habe. Hier aus dem rechten Fenster kommen die Drähte. Die müssen wir also da hinten hinbringen. Das machen wir jetzt vorzugsweise mal mit den Wandförderbänder-Fenster-Dingern. Wenn wir auch direkt mal überlegen, welches Muster ich da wieder einfügen möchte. So, dann nehmen wir auch wieder so ein doppeltes Fenster. Seht ihr? Sehr schön. Gut, das werde ich dann gleich verbinden. Wir müssen allerdings jetzt erstmal hier rüber rennen. Und da kommen nämlich aus dem linken Fenster die Rotoren aus dem Lager. Das ist also ein ganz normaler, regulärer Output von unserem Lagersystem. Was jetzt schon mal so richtig in Fahrt kommt. Also jetzt zeigt sich echt, ob ich gut gebaut habe. So, schauen wir mal, dass wir jetzt hier das Gleiche nochmal wiederholen. Diesmal auch vielleicht mit dem gleichen Muster, was ich auf der anderen Seite schon gemacht habe. Da wollten wir ja auch ein bisschen darauf achten, dass wir ja nicht immer alles so mischen und fuschen. Sondern auch wenigstens auf die Schönheit achten hier. So, und dann glaube ich war es so rum. So. Okay, und dann verbinden wir das auch schon direkt mal. Äh, ja, ich glaube, das war's. Ja, und dann da rein. Und gucken, ob ich hier rankomme. Ja, ihr seht auch immer mal so Kleinigkeiten, die ich am Gebäude zwischendurch mal verändere. Das kann ich euch nicht im Einzelnen immer so erklären. Es ist besser, ihr schaut da selber schön hin und lasst euch inspirieren. Möglichst freue ich mich besonders drüber, wenn Leute dann auch mal sagen, und das ist ja meine Einladung, mal wieder der Wink mit dem Zaun fahrt, ruhig mal wieder ein paar Kommentare zu hinterlassen. Wenn ich hier nicht so alleine bin. Ja, aber es ist besonders schön, wenn Leute sich auch ein bisschen inspirieren lassen. Von dem, was ich jetzt hier baue. So, die Wand wird hinterher natürlich auch geschlossen. Das ist jetzt nun mal so, dass wir das so hinstellen können. Äh, wie kommen wir jetzt hier raus? Wir müssten jetzt hier um die Kurve. So, da wäre jetzt praktisch Draht. Jetzt müssten wir schon sehr hoch kommen. Das ist sehr hoch, ne? Also, hm, ich denke mal, ich werde hier mit... Und da ja auch. Ah ja, das ist ja Draht, richtig. Ja, nicht Fortun jetzt. Die kreuzen sich also, ne? So ein bisschen komisch. Aber, ich denke mal, hier in die Mitte stellen wir jetzt solche schönen großen, neuen. Probieren wir es einfach mal. Stellen wir die Dinger hier mal hin. Richtig schön hoch. Und dann gucken wir mal, äh, was geht. Der bleibt etwas unten. Der muss nicht ganz so hoch. Jedenfalls noch nicht. So, und kommen wir denn von dem Teil hier... Kommen wir da rüber, ne? Da drunter. Das geht auch. Auch wenn wir jetzt weiter kämen. Es geht mir jetzt im Moment auch nur hauptsächlich so um die Höhen. Ah ja, es klappt. Das klappt. Sehr gut. Sehr gut. Und der jetzt noch dahin. Oh, ein bisschen weit. Ich weiß. Gut, dann baue ich die Wand hier kurz zu Ende. So, dann arbeite ich hier auch nochmal mit dem Wandhalter. Ich merke gerade, ich bin noch auf der falschen Höhe. Das sollte reichen. Dass wir da schon mal rankommen. Ja. Ich glaube noch einen runter. Und dann haben wir es. Das geht hier wirklich. Und es macht Spaß, sage ich euch. Das macht echt Spaß. Wie gesagt, hier so die Nächte verbringen. Und irgendwie... Schlaf, was ist das, ne? Ach komm, 10 Minuten kannst du noch. Und dann eine Stunde später. Das ist mal wieder so ein Spiel. Hatte ich lange nicht. So ein Spiel, was einen so in den Band zieht. Ich glaube, ich habe jetzt auch einen relativ im Griff hier mit dem Förderband. Ja, ich denke aber jetzt... Was war es? Das ist... Rotor. Der muss also nach da hin. Jo. Darüber. Nach da hin. Und dann kommt der nach da hin. Dann haben wir es eigentlich. Und es sieht im Grunde... Ja, ein bisschen geknickt aus, ne? Aber gut, da bauen wir hinterher... Ach, tun wir Beton drüber, wie immer. Und dann ist das schon okay. Man kann es sicher noch schöner machen. Aber es geht mir im Moment nicht so um die Schönheit. Sondern eher, dass die ganze Sache hier mal organisiert wird. Dass ich schon mal weiß, ob wir genug Platz haben, wo es ungefähr lang geht. Und dass wir die Maschinen dann auch schon mal in Betrieb nehmen können. Wie gesagt, hier hinten das Lagersystem sollten wir nochmal anschließen. Das soll jetzt hier schön gekonnt rüber gehen. Ich glaube, wir werden hier mal erhöhen. Abstand 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir einen höher. Wir müssen aber 2 haben, fällt mir gerade ein. So, na, gehen wir mal hier direkt vor. Sonst kommen wir nämlich da nicht drüber. Und dann werden wir hier nochmal... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irgendwie da ist eine 8 oder 9. Sieht doch gut aus. Guck mal, ist genau gleichmäßig da. Ja, so kann man das auch machen. Zählerei immer. So seht ihr. Dann ist der Container auch angeschlossen. Und so mache ich es gerne, dass man auch drunter herlaufen kann. Wir werden jetzt noch einen weiteren Manufaktor aufstellen. Und zwar für Stahlbetonträger. Stahlbetonträger werden gemacht aus Beton. Tada. Da müssen wir also jetzt hier unser Beton noch anzapfen. Und außerdem aus Stahl... Stahl... Trägern. Stahlträgern. Genau. Hätte ich mal denken können. Ja, so steht er ganz gut. Ich habe jetzt ein paar Minuten überlegt, wie ich wohl den letzten Manufaktor hier noch unterbringe. Leute, im Notfall einfach hinklatschen. Ja, was soll's. Korrigieren kann man es immer noch. Der wird jetzt Stahlbetonträger herstellen. Hier vorne aus Beton. Und hier kriegt er seine Stahlträger. Und dann müssen wir die beiden allerdings auch noch hier Motoren und Stahlbeton an das Zentrallager anschließen. So richtig schön mit Zugriffskiste und so. Und dann ist das Zentrallager auch voll. Für mehr Produkte habe ich dann, glaube ich, keinen Platz mehr. Das wird noch schön. Da freue ich mich drauf. Das machen wir auch gleich. Aber jetzt mache ich kurz eine Pause und erzähle euch auch mal in der Zwischenzeit, hups, was mir jetzt jedenfalls spontan noch so einfällt. Und fange mal mit dem Sprungverhalten an. Das lustige... Ich habe jetzt die Sprungstelzen. Das seht ihr unten links ja schon die ganze Zeit eingeblendet. Die Sprungstelzen entwickelt. Damit ist man, wenn man rennt, viel schneller. Man kann super springen. Es ist praktisch. Man kommt jetzt auf so... Na, gucken wir uns da oben nochmal genauer an. Man kommt jetzt eigentlich... Hier ist es ein bisschen zu hoch, weil ich auf der Bischung stehe. Ja, 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 ja. Aber normalerweise kommt man hier gut auf so eine Vierer... Auf ein Viererfundament. Und das ist jetzt hier beim Bauen und Werkeln schon ziemlich cool. Außerdem nimmt man auch nicht mehr so schnell Schaden, wenn man irgendwo runterspringt. Ich kann es also hier vom... Ja, nicht vom Dach, aber hier von... Aus diesen Fenstern oder so. Da kann ich jetzt ohne weiteres, ohne Schaden zu nehmen, runterspringen. Okay, also dann habe ich die zweite Kohlenmine angeschlossen. Ihr wisst, die erste hatten wir hier schon. Die beliefert nach wie vor unser Kraftwerk. Da haben wir dann wunderbar noch die Katerium-Sachen mit vereint. Und inzwischen ist da ein drittes Förderband zugekommen. Das war auch nochmal tüftelig. Ich musste teilweise die Strecke nochmal etwas umbauen. Hat aber riesen Spaß gemacht. Ist aber eine sehr langwierige Sache. Deswegen habe ich das auch nicht so gefilmt. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir es auch mal machen. Mal gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr euch die ganze Zeit so ein Fließband angucken müsst. Egal. Wir haben jetzt jedenfalls den schönen Kohlenstrom, der jetzt allein für die Stahlversorgung zuständig ist. Den Stahl stellen wir hierher aus Eisenerz und Kohle. Wird halt besonders erhitzt in der Gießerei. Und das habe ich jetzt so gemacht. Hier kommt die schön wieder. Ihr seht das schon. Das muss ich irgendwie immer machen. Das finde ich so schön und sauber an der Wand lang. Wir haben hier einen Bohrer Mark II. Der liefert 240. Aber ich habe ihn auf 50% gesetzt. Denn auch hier ist das Fließband noch nicht schnell genug. Für die ganz schnellen, die ich eigentlich bräuchte, habe ich im Moment das Material noch nicht. Macht aber nichts. Upgraden kann man ja immer. So, und dann haben wir hier die Fließbänder schön zusammengeführt. Oben die Kohle, unten das Erz. Dann hier zweigeteilt in zwei Gruppen feinsäuberlich in den Brennerraum. Wo zwei Gießereien stehen. Die uns dann hinterher wunderbar die Stahlbarren liefern werden. Das geht dann hier so lang. Und die gehen dann erstmal in diese drei Konstruktoren. Die ersten beiden machen die Stahlrohre. Der erste hauptsächlich für den Stator-Manufaktor. Da bleibt er ein bisschen übrig, was noch fehlt. Und das liefert dann der zweite. Und schickt eben seinen Rest noch hinten in die Lagertruhe, die wir vorhin noch angeschlossen haben. Und hier der dritte ist dann allein zuständig für den Betonträger-Stahl-Dingsbums-Manufaktor. Der stellt halt Stahlträger her, wie ihr wisst. Wenn ihr gut aufgepasst habt. Es ist viel, es ist viel. Ich weiß, ich überschlage mich ja auch. Aber ich will das unbedingt heute fertig bekommen. Deswegen hau ich hier ein bisschen rein. Wenn es Fragen noch gibt und so. Oder nochmal was genauer gezeigt. Wer soll bitte in die Kommentare rein. Damit ich Bescheid weiß. So, und das Eigentliche, was ich noch erlebt habe in der Zwischenzeit. Ich bin dieser Straße gefolgt. Habe einen kleinen Ausflug gemacht. Mit dem Jeep da hoch. Oder dem Trecker. Diese Straße lang. Und musste oben ein wenig ausweichen. Weil es da so eine Erdspalte gab. Da bin ich so ein bisschen gefolgt. Und da bin ich durch einen Busch gefahren. Der mir die Sicht versperrte. Und während ich durch diesen Busch fuhr, dachte ich kurz, Nanu, war das da vor mir ein Abgrund? Und dann bin ich doch tatsächlich einen Abgrund hinuntergestürzt. So über Felsen. Sozusagen stufenweise. Aber mit abgeschnittenem Rückweg. Also ich kam da auch nicht mehr hoch. Ja, bis runter in eine riesengroße Wüste. Hier im ganzen Osten scheint sich eine große Wüste zu erstrecken. Und da bin ich wirklich eine Stunde lang oder länger durchgefahren, um auch allein schon den Ausgang zu suchen. überall rechts herum klippen. Und wie ihr seht, habe ich den Ausgang wieder gefunden. Ich bin wieder zu Hause. Und es war aber super. Ich habe nämlich unterwegs auch Ölvorkommen entdeckt. Und die werden wir in der Zukunft auch brauchen. Hier haben wir sogar schon einige Fässer Rohöl mit nach Hause gebracht. Und tausend Stück sogar. Und das ist nicht schlecht. Ja, das war wirklich ein sehr spannender Ausflug. Wir werden natürlich auch gemeinsam noch spannende Ausflüge unternehmen. Jetzt ändere ich erstmal hier den Bereich. Wir wollen jetzt hier oben noch einen Splitter einbauen. Einen Mandelsblitter. Ach ja, oben am Bildschirmrand seht ihr übrigens auch Ölvorkommen. War ich mal so intelligent, habe mir ein paar Leuchtfeuer mitgenommen und die da hingelegt. Ja, gut. Beton soll hier rüber. Bringen wir jetzt hier auch fein. Säuberlich erstmal durch die Wand. So, die Manufaktor doch nochmal neu aufgestellt, weil das irgendwie schief und krumm war. So, jetzt haben wir es aber. Und wir versuchen mal jetzt hier den Beton ranzukriegen. So, und da geht es los. Genau die brauchen wir hier. Und jetzt ist die große Frage, wie schließen wir es ans Lagersystem an? Und das ist jetzt gar nicht so schwierig, wenn man sich daran erinnert, wo die nochmal hin sollen. Pass auf, wie wir das machen. So, die Stahlbetonträger werden wir jetzt hier in die untere Reihe fördern. Da schließe ich mal dieses Fensterchen an. Und dann laufen wir mal praktischerweise. Ja, da hatte ich schon mal irgendwie erst gedacht, man müsste von da kommen, aber das ist Quatsch. Das Problem ist jetzt nur, das ist nicht sehr hoch. Ich möchte ja hier durchfahren. Ich bin ja auf die glorreiche Idee gekommen, mir hier ausgerechnet eine Straße zu bauen. Deswegen werden wir uns jetzt hier noch ein paar kleine Lücken schaffen, wo wir wieder die Wandhalterung reinfügen. Und ich schaue mal eben, wo ich dann hier so lang komme. Wo ist das denn ungefähr, der Output? Gehen wir mal möglichst gerade raus. Das wäre diese Wand. Okay, hier raus. Dann auch einen hoch. Das wäre dieser hier. Immer einen weiter weg und dann nach oben. Dann hat man die richtige, den richtigen Neigungswinkel. Schon fast wie beim Achterbahnbau hier. So cool, so cool. Ich freue mich total, dass ich echt dieses ganze Lagersystem jetzt heute wahrscheinlich noch schaffen werde, komplett die in Betrieb zu nehmen. Ich glaube, ja, dieses Fenster kann weg. Ich habe mich umentschieden. Das wäre Output Beton gewesen. Kinder, wisst ihr Bescheid. Wer hier noch den Überblick behält, der ist ein Held. Ich sage ja, ich muss mich heute loben. Ich habe nicht genügend Freiraum. Ja, das liegt daran, dass da noch ein Förderband ist, von dem ich gerade sprach. Output Beton. Was wir hier nicht brauchen. Aus dem Grunde habe ich nämlich den Beton schon hier abgezapft. Und das ist völlig okay so. Wir wollen viele Fließbänder haben. Wir wollen ein völliges Durcheinander erreichen. Das ist Sinn der Sache. Gut, ich denke, wenn wir hier nochmal eine Stütze ranbringen, nochmal so eine Wandstütze, dann sollten wir es schaffen, rüber zu kommen, die Straße zu queren, ohne Gefahr zu laufen, dass unser Trecker da mal gegen kracht. So, das ist genauso, wie ich mir ganz am Anfang so vorgestellt habe. Bisschen zu teuer, aber jetzt kriegen wir es ja hin. Das ist schon mal, das ist schon mal die halbe Miete. Boah, dass man hier so lang fährt und überall Fließbänder und so. Super. Ich hole mal eben ein paar Schabletten und dann seht ihr mal, wie schnell ich hier unterwegs bin mit diesen neuen, juhu, mit diesen neuen Beinschienen. Wieder Ort und Stelle. So. Oder noch das letzte Stückchen. hier ran. Super. Und damit wären die Stahlbetonträger praktisch schon an unser Lagersystem angeschlossen. Ich überprüfe es nochmal eben. Äh, ja, klar. Ist alles schon erledigt. Die kommen dann in die letzte Kiste. Kurzer Weg. Sehr schön. Aber jetzt bleiben noch die Rotoren. Kinders, die Rotoren. Oha. So, die Rotoren, die kommen in die gleiche Reihe. Äh, in das obere Fenster. So, wie gehen wir da? Wir gehen außenrum da, die ganze Strecke. Wir queren dann hier, denke ich mal, ja. Hier rüber. Und fummeln uns dann den Rest zurecht. Das bedeutet, wir werden, das geht schon, ja. Wenn wir hier und alle zwei dann so eine Stütze, dann kommt das auch wieder aus. Hier nochmal dran denken, dass man die richtige Richtung auswählt. Wenn ich hier anschließe, weiß das Fließband das schon automatisch. Das kann ich jetzt zum Beispiel rückwärts machen. Und da seht ihr, es weiß schon, da es ja an die Lagerboxen schon angeschlossen ist, die ja nur eine gewisse Richtung zulassen. Jetzt weiß das Fördermann praktisch, äh, wie rum es laufen soll. Aber wenn man da hinten irgendwie mal so ein Stück Falschrum einfügt, kann es sein, dass es da zum, ja, zu einer Sackgasse kommt. Ey, das ist ja super heiß hier, echt. Ich bin heiß, Leute, ja. Mann. Sehr fabrifriedigend, doch. Wo kommen wir denn jetzt hier raus am besten? Ja, gucken wir nochmal, dass wir die Wände hier wegkloppen. Da können wir im Grunde auch schon mal Höhe gewinnen. Äh, vielleicht hier raus. Dann da hoch. Mal gucken. So, das wäre hier das, die Öffnung. Und wo muss ich hin? Da hinten rüber. Oh, war ja, das ist immer noch ein weiterer Weg noch. Echt spannende Geschichte, aber das passt ja auch. Das passt ja auch wunderbar. Das passt ja ideal. Perfekt. So. Verbinden wir das. Verbinden wir das. Und verbinden wir das noch. Mal eben hochklettern zum Kontrollieren. Hier ist das Verliesband tatsächlich schon angeschlossen. Prima. Ja, dann sind wir fertig. Wir brauchen nur noch eins. Nämlich Power. Ja, Leute, schnell noch die Strommasten feinsäuberlich hingestellt und akkurat verbunden. Und was für mich wieder eine Mordsarbeit sein wird, ist für euch dank modernster Videotechnik wieder nur eine Sekunde. Seid ihr soweit? Ich renne zur Gizerei und wir nehmen sie in Betrieb. Ich mache das immer so, dass ich sie, wenn ich sie aufbaue, stoppe, also ausschalte. Die fangen ja sofort an zu produzieren, sobald sie Strom haben. Das gefällt mir nicht so gut. Ich baue immer gerne meine Anlagen auch fertig und nehme sie dann feierlich, so wie jetzt, in Betrieb. So. Machen wir ganz unpathetisch ohne Anzählerei und Countdown und so. Naja, gut, komm. 3, 2, 1, zack. Unsere ersten Stahlbrocken. Sind sie nicht schön? Ich finde sie schön. Ja, aber die ganze Anlage ist ja auch so konzipiert, dass wir die Effizienz dann mit Powerboostern regulieren werden. Da werde ich mich nochmal in Ruhe dran begeben. Ich habe inzwischen genügend Schnecken. Also ich habe wirklich schon letzte Nacht bei diesem Rundgang oder bei der Rundfahrt durch die Wüste auch nochmal zig Schnecken und leider auch Spinnen gefunden. Naja gut, die Spinnen müsst ihr euch, ah, mein Gott, die sind so schrecklich. Egal. Kinder, das ist jetzt sehr schön. Was jetzt noch fehlt, ist oben ein Stückchen Fließband. hier am Kupferoutput. Das ist der reguläre Output unserer Kupferkette. Also wirklich gut geplant, muss ich schon sagen. Herr Vorbuddler, gut gemacht. So, die können jetzt mal losziehen. Hier unten haben wir noch Kabel, die wir im Moment nicht brauchen, aber wer weiß, was da noch kommt. Kraterium ist auch kein Problem. So, und was war jetzt mit den Rotoren? So, die habe ich nämlich noch gar nicht innen angeschlossen. Kein Thema. Kein Thema. Da kommen wir nämlich einfach rum zu diesem Fenster. So, dann läuft es. Ja, da sieht man sie schon. Gut, dann laufen wir wieder zurück in Anlage B, Kinders, Anlage B. Das sieht sehr gut aus. Hier kommen die Stahlträger raus. Das sind gar nicht so wenige. Ja, das klappt ganz gut. Beton fließt ebenfalls. Und Stahlbetonträger. Wunderbar, das klappt. Und Kupfer kommt gerade auch an. Links Stahlrohre für diesen Manufaktor. der auch arbeitet. Und da sehen wir schon den ersten Stator rausfahren. Super, 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 super gut. Wie gesagt, damit haben wir ja angefangen. Es sollten immer zwei hier lang, einer da lang. das war einer. Der nächste sollte auch nochmal hier ankommen, tatsächlich, ja. Und der nächste sollte hier abbiegen. Dann klappt auch diese Konstruktion, die wir ganz am Anfang gemacht haben. seht ihr Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und hier sind die Rotoren inzwischen auch angekommen und machen uns wunderbare Elektromotoren. Dafür kletter ich mal hier hoch, da kann man das besser sehen. Alles überblickend, da seht ihr den Elektromotor, auch super. Und er fährt rüber. Klasse. Jetzt habe ich noch viel Arbeit, das Gebäude zu verkleiden und vielleicht manche Dinge noch zu perfektionieren. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euch einen Spaß. Ja, dann wisst ihr jetzt auch, was er zu tun hat. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal bei euch für eure Unterstützung. Und ja, freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Schaltet bitte wieder ein. Lasst mich nicht allein. Bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen. Bis zum nächsten Mal.